Wir haben heute den ultimativen Gaming-PC für das ultimative Gaming-Zimmer zusammengeschustert. Unter anderem mit einer AirTex 3080 Ti von Zotac in der M-Holo Extreme Edition, äh M-Extreme, Holo, Entschuldigung, mit einem AMD Ryzen 9 595X, einem 16-Kerner. Hast du gerade zusammengeschustert, gesagt, das ist ein Kunstwerk voller RGB-Beleuchtung und natürlich am Ende hängen wir das Ding an die Wand, das ist nämlich auch ein Wandgehäuse und ich bin schon mal gespannt, ob die Wand dann nicht abkracht, weil das ist ganz schön schwer. Wenn ihr wissen wollt, wie schwer, dann auf jeden Fall mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, da haben wir nämlich eine Wette im Laufen gehabt und lösen am Schluss auch aus, wie viel Kilo der PC-Amtlos auf die Waage bekommt. Und wer gewonnen hat. Und wer gewonnen hat. Verraten wir jetzt noch nicht.